Komm, meilt auf dich an, neet Oh, ich wollte mal zessen, ich bin hier im Bende Hm Ja, wir sind immer noch in der Aufnahme und wir müssen Lampem Nahrung anbauen Oh, das ist tot Hm Fünf Sterne Fünf 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 So, wir haben hier eine Tohle. So, und wir schnürsen den Bohnen. Ah, gleiche Eisen davon. Hm. Mir steht aber Stellung. Das ist viel besser. Viel besser. Hm. Macho. Hm. Macho. 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 Das war's für heute. Ja, naja So Da ist Verschwendung an Material Aber ich will Gebäude auch nicht zuschütten Man sieht Hm Aber dann nicht Da ist es So 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 Man sieht dann nicht, dann wird es dann nicht, wenn ich nochmal drücken. Jo, so sieht es wenigstens etwas aus, da tut noch etwas rein. Und wir haben zwei Ölfen. 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 Nee, wir sind bei denen. Wäre ja schlicht gleich am ersten Tag tot zu werden. Und wir haben zwei Ölfen. Ups. Den einen lassen wir als Reserve hier. Ja. 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 Nee. aber draußen ist es mal nichts, denn wenn wir uns hier drinnen noch mal ein bisschen vielleicht finden wir hier was noch es ist ja klar gewesen eine hohe brüche nehmen wir unter zwei türen na, falsch, da wollte ich ein 5 Eisen mal gucken, wie wir hier noch finden na hmm hmm nicht schlecht, nicht schlecht nochmal 8 Eisen ist da nicht schlecht aber bis neu zu müssen wir dennoch mal füllen ne, da bauen wir jetzt mal ja 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 Ja. Somit ist auch diese Folge beendet. Wir sehen zu uns. Unsere nächste Folge von Deschandet. Tschüss.